hallo und herzlich willkommen liebe freunde und auch salvetes spektatores zu einem weiteren teil von let's play medieval 2 total war mit mir dem tante genau bekannt als günter shadow wir sind zurück mit dem mächtigen russland in medieval 2 und ich habe übersehen dass der ich weiß nicht tiers hatte die mission glaube ich gestellt dass das sich auch auf kriegszüge gegen rebellen bezieht deswegen werden wir die belagerung von kiev abbrechen ich habe also noch mein quicksave geladen und werden dann also ich könnte jetzt halt hier noch vier seltener einnehmer das ist ja ein teurer spaß wir warten jetzt noch eine runde du kommst du bitte mit hier rüber mit denen und du 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 nimmst mal hier du läufst mal so hierhin so ungefähr da lassen wir hierhin du triffst sich dann damit denen ich glaube vier einheiten brauchte ich da drin in der stadt dann weil wir wir sollen ja eine eine full stack zusammenziehen oder machen wir das jetzt noch und ich hoffe dass das jetzt so klappt wie ich mir das vorstelle das wirft uns jetzt halt ein bisschen zurück aber das ist dann halt so das war mein fehler so ab hier rüber so mission erfolgreich zwei einheiten kasachen in der hauptstadt das ist ja wieder klar das hatten wir ja so pass auf den fackeln war aber gar nicht lange dann nimmst du die nämlich mit also wieder brauchst du 1234 unten guck mal dann können wir die jetzt aber ja trotzdem belagern oder also ist das ist das ist das dann erlaubt weil dann weil wenn wir jetzt vier runden brauchen und das ding wieder sechs runden belagern oder dann passt das doch oder 1 2 3 4 5 6 7 8 und dann holen wir noch eine einheit seltener irgendwie dazu er macht die muss uns alle danach ja das müsste doch dann erlaubt sein oder was hatte ich gesagt bauen wir hier die kapelle oder habe ich gesagt wir bauen den hafen ich glaube wir haben gesagt wir bauen die kapelle ich habe leider keinen einfluss auf die werbung das tut mir mega leid und ich weiß auch dass die werbung auf twitch nervt ein geschenk des rates der adelsrat belohnt uns mit 1000 gulden cool rekrutieren uns noch ein priester was machen wir dann eigentlich hier mit den mit den kosaken die müssen jetzt in noch gut warten ohne kommen und ab dafür geht es jetzt schon los hier geht es jetzt schon los hier ja es geht schon los die den greifen uns an krass da kennen die nix neue mission ziel smolensk smolensk wieder vier einheiten das schaffe ich heute aber nicht nicht mehr beziehungsweise ich müsste ja jetzt hier einen haufen kasachen rekrutieren das ist ein teurer spaß für die 500 wobei naja vielleicht müssen wir so einfach machen siedlung mit belagert rieger dänemark ja halleluja miroslav ist voll ja ich halleluja leute ein general auf geht's ok aber zuerst pass auf zuerst läufst du mal hier hin so und der miroslaviner der läuft einmal hier rüber die fruchtfolge abgeschlossen kannst du jetzt ja mal eine straße bauen vielleicht zur abwechslung novgorod hatte einen priester gebaut den schicken wir mal nach wilnius so was hatten wir da jetzt dreimal statt mit die ok ach ja mist ich wollte ja immer noch die ansprachen der generelle verbessern ja das muss irgendwie jetzt gleich zwischendrin noch mal machen sorry normal ok 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 ehhh stopp ich wollte eigentlich nur ein bisschen langsamer ehhh stell die mal hier hin Okay. Okay. So habe ich es mir vorgestellt. Schönkeiten. Schießen die alle. Schießen alle. So habe ich es mir vorgestellt. Wir werden ihm auf jeden Fall sehr schwere Verluste zufügen. So habe ich es mir vorgestellt. Guck mal, ob wir ihn zur Flucht bewegen können. Jawohl. Was tut er auf ihn? Mach mal das Autofreuer aus und reib den da mal auf. Lass uns bitte auf und du schießt auf ihn. Lass dich nicht chargen. Nee. Komm. So, du darfst jetzt wieder das Autofreuer anmachen. Alter, ist der schnell gewesen gerade. Ah, weil du gehst, ne? Du bist nicht gerannt, wie ich sie gesagt hatte. Warte mal, warum? Ah, weil da der Map-Edge ist, deswegen konnte ich die Einheiten da nicht richtig ausstellen. Oh. Oh und. Okay. Ah, ne. Ah, jetzt reibt es auf. Ah, nein, 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 nein. Ja, ja, bitte flüchten, 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 direkt von der Karte runter. Nicht in die gegnerischen Einheiten reinlaufen, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Okay, okay, okay. Komme ich mir klar, wobei ich es ein bisschen, ich finde es ein bisschen arg lächerlich, aber okay. Ne, hier hin. Ottofeuer aus, komm. Und Angriff an. Hier ist er auf ihn. Okay. Okay. Boah geil. Okay, das hat mal besser, also es hat gut geklappt, ne? Also diese eine flüchtende Bogenschütze, das war schon echt ein bisschen krass, ne? Aber ja, bei nur 13 Mann Verlusten, ein schönes Ergebnis auf jeden Fall. Schönes Ergebnis. Wir haben sehr viel Mann gefangen. Ich würde sagen, wir bieten ihm an, die für Lösegeld freizukaufen. Dankend abgelehnt. Dankend abgelehnt. Und dabei wäre das Leben seiner Soldaten ihn doch nicht teuer zu stehen gekommen, oder? Doch er zog es vor, auf seinen Geldbeutel zu achten. Schändlich, schändlich. So was würden wir nie machen. Okay. Ich mache hier einen ganz kurzen Cut. Also, halbe Stunde später. Leider Problem noch nicht gelöst. Wir spielen jetzt erstmal so weiter. Ich muss mir das einander mal angucken. Das dauert zu lange jetzt. Da müssen wir so viel hin und her modden. Das funktioniert jetzt alles nicht. So, wie lange hält das Ding noch durch? Vier Runden. Alles klar. Dann, wie lange haben wir noch Zeit für die Mission hier? Fünf Runden. Alles klar. Dann können wir, glaube ich, weitermachen. Die Dänen haben wir ja immerhin erfolgreich zurückgeschlagen. Hörst du auf, die katholisch zu machen? Der Wind arbeitet für uns. Folgende Seiten haben wir gegenseitiges Business erklärt. Ungarn, Sizil, Heiliges Römisches Reich, Polen, Frankreich und Heiliges Römisches Reich. Da geht es ja rund hier. So, Kai, der Händler, ist gebaut worden. 12.000 Einwohner brauchen wir. 3,5% Wachstum haben wir. Zufriedenheit ist ja soweit gut. Wie wäre es mit einer Pflasterstraße? Um mal ein bisschen Infrastruktur hier reinzubringen in die ganze Region. Helsinki hat den Hafen gebaut. Helsinki könnte irgendwann auch mal anfangen. Was machen wir denn in Helsinki? Stelle? Damit wir mehr Kasachen bekommen. Also alles, was wir in Helsinki bekommen, ist wir sowieso irgendwie mit dem Schiff da runterfahren. Sonst sind die Einheiten immer so ewig unterwegs. Insofern ist es unerheblich. Wir könnten mal einen Burgner bauen. Ja, genau. Ja, da haben wir das doch. Vilnius hat den Trampelpfad gebaut. Dann bau doch mal eine kleine orthodoxe Kapelle. Das glaube ich ganz gut jetzt. Weil Bevölkerungswachstum haben wir ja soweit auch gemacht. Und dann fangen wir mit dem Garnisonsquartier an. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Verteidigung reinbekommen. Smolensk ist auch soweit ganz gut gedient. Baut sich mal hier diese Musterungshalle. Dann werden wir hier mal einen Bauern gleich reinsetzen. Oder zwei oder drei. So, da haben wir auch noch eine Mission dazu. Guten Abend, Bingley. Grüß dich. Wir haben eine Bogenschütz-Miliz geupgradet hier drüben. Und du wirst mal ganz kurz einmal hier oben hinlaufen und hier ein Wachtturm hinstellen. Und dann nimmst du bitte hier die, das ist unser neuer, der Miroslav. Dann, das ist, das ist ein russischer Wachtturm, den wir da hingebaut haben. Okay, dann lauf mal wieder Richtung Novgorod weiter. Oder willst du, da wollen wir mit Miro da reinlaufen. Wir könnten auch mal einen Ledergerber da reinpacken. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dann können wir zumindest diese leichten Einheiten hier ein bisschen upgraden. 150 Unterhalt, ich weiß nicht. Ja, Moskau sollten wir vielleicht auch noch irgendwann holen, ne? Aber vorher müssen wir noch diese Einheiten hier zusammenziehen, ne? Dänemark blockiert den Hafen von Helsinki. Das ist leider keine Ritterlichkeitswerte und verbessert mir also hier das Bevölkerungswachstum nicht. Das ist noch ein bisschen schade. Gegen die Polen brauchen wir vor allen Dingen eine gescheite Infanterie. Aber wir brauchen auch Fernkämpfer. Also ich wäre stark dafür, so ein Garnisonsquartier auszubauen. Und du baust mal diese orthodoxe Kapelle hier in diesem gottlosen Land. Ich glaube, da die Siedlung ist, ist erst irgendwo da hinten, ne? Lauf mal lieber hier hoch. So, und jetzt haben wir diese Armee auch endlich mal vollzählig zusammen. Ivan ist volljährig. Ivan. Ivan gefällt. Ivan baut hier mal ein Wachtturm hin. Ivan wird so ein paar Wachtürme auf jeden Fall bauen. Der Papst und die Franzosen haben ein Bündnis gemacht. Ich verkneife mir jetzt ein paar, äh, ich verkneife mir jetzt ein paar zynische Kommentare. Ah, da fallen mir ungefähr 500 Worte ein, die ich darüber jetzt verlieren könnte. Ah, immerhin, der, der redet mit mir. Der redet nicht mit mir. Kommt einfach näher. Am Ende muss ich selber noch so diese ganzen dummen Sprüche da loswerden, ne? Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt einfach näher. Und zeigt, dass ihr sowohl weiß, noch eine Idee. Sicher hören wir zu. Ich sehe hier kein Problem. Ihr seid sehr verständig. Ja, ja, wir sind sehr verständig. Der Miro ist auch, soll heiraten. Okay, dann heirate Miro. Frankreich und England sind jetzt im Krieg, okay. So, in Riga wird jetzt Leder gegerbt. Oh Gott, Alter, das kannst du immer nur in einer Runde fortbilden. Ja, da mach. Wir haben es ja nicht so eilig. Bauen wir noch eine Einheit Bauernbogenschützen, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Bauen wir mal diesen Übungsplatz noch da rein. Smolensk könnte ja dann die Stelle dafür ausbauen. Die einsame Bevölkerung der großen Städte mehr als 2000 Bewohner sehnt sich nach mehr Unterhaltung und Gesellschaft für die späten Stunden. Sehr schön. Okay, wenn wir fertig sind, dann bauen wir Bordelle. Ja, ich habe das richtig verstanden. Okay. 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 Da ist Moskau. Dann machen wir folgendes. Wir greifen jetzt diese Siedlung an. Dann auto-resolven wir das. Wir besetzen Kiew einfach nur. Und du wirst mit Vlad Richtung Moskau ziehen. Und du wirst mal hier unten so einen Wachtturm hinzimmern. Guck mal da. Schauen wir mal, ob wir damit so einverstanden sind. Dann bauen wir mal als allererstes diese Straße, damit wir Kiew überhaupt mal irgendwie infrastrukturell erschließen können. Das ist ja fürchterlich hier. Plus zwei Ritterlichkeit gab es noch. Guck mal, jetzt ist das auf einmal so ein guter Ritter geworden. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ab nach Smolensk mit dir. Such dir mal irgendeine schöne Burg. Wie viele unterhaltsfreie Einheiten haben wir hier? Vier. Dann sollten wir die doch auch hier rekrutieren. Weil unterhaltsfrei heißt ja, unterhaltsfrei. Wie viele unterhaltsfrei. Super. Wenn wir jetzt 500 Gulden erhalten dafür, dass wir diese Mission des Adelsrades erfüllt haben. Okay. Nimm die mal mit. Das gehört alles zur Region Moskau. Okay. Und da ist Riazan. Okay. Dann komm mal zurück. Ach so, stopp halt. Wir müssen hier, wir müssen jetzt hier den Puff bauen. So, Novgorod baut den Puff. Vilnius hat keine 2000 Einwohner. Bau den Exerzierplatz und nimm mal so eine Einheit Waldbewohner mit vielleicht, ha? Effektiv gegen Panzer und Kampfbonus in Wäldern oder Schnee. Gute Ausdauer. Defensive 1, Defensive 3, immerhin. Die haben einen 3er Verteidigungswert. Die haben einen 1er Verteidigungswert. Dafür haben die einen 13er Angriffswert und 4er Ansturmbonus. Die haben einen Ansturmbonus. Der ist ja so hoch wie der von der Kaff. Nur die Trujina hat nur einen 5er Angriffsbonus. Was geht? Okay. Gut. Ja. Ne, dann lassen wir noch. Kiew hat die Straße gebaut. Muss übrigens reparieren und sollte dann ganz schnell mal diese Rodung bauen. Wir fassen mal ein paar Einheiten zusammen. Dann bildest du die mal aus. Und dann kannst du doch mal mit diesen Waldbewohnern hier loslaufen aus Kiew. Okay. Okay. wollen wir mal hier noch so ein wachtturm hin okay also wir sollten sollten wir hier die hier mal mit dem tief gehen wir sowieso auf niedrig mit dem steuersatz auf jeden fall so die einheiten hier lassen wir drin als garnison und die anderen schicken wir hier rüber aber wohin wohin schicken wir die rüber wohin laufen mit dem jetzt also was ist das wollen wir ja sie haben wollen wir die krim haben ihr kennt das okay passt auf holen wir uns noch die krim eigentlich brauchen wir die krim also hier im spiel mainland und sizilien sind im krieg und portugal und sizilien machen ein bündnis du hast eine ritterlichkeitsbonus bekommen okay faire herrschaft das werden alles irgendwie also unsere jungs werden alle nutzlose finanzbeamte der tatsache müssen wir ins auge sehen das kriegen die nicht mehr das kriegen nicht mehr hin das wird nicht mehr klappen wie viel einheiten das vier dann sollen wir mal zwei trugina nehmen zwei schwere kavallerie könnte sich anbieten kommen die nehmen wir mal mit wir nehmen mal zwei schwere kavallerie mit hast du schon bange vor den mongolen wie die sau die mongolen sind die absolute pest in diesem spiel katastrophe trifft aleppo ja das schreckliche erdbeben verstärkt die region smolensk vier einheiten das soll ich kann gerade nicht ich muss gerade moskau erobern dänemark findet uns noch beschissener ungarn und dänemark haben bündnis gemacht okay und sizilien und mailand jetzt ein waffen stil die stelle in smolensk sind fertig wir könnten hier die ritterlichen stelle dann bauen das geht aber gut ins geld auf der anderen seite wir bauen sonst momentan noch nix was hat der vor war war Vielen Dank. So, dann wollen wir die jetzt auch mal wegmachen hier. Litauische Kavallerie. Ja, Ansprachen gibt es ja leider nicht. Aber ich würde mich drum kümmern. Ja, genau, also wenn du, wenn du, je später oder je weiter du bist, wenn du die Mongolen das erste Mal abbekommst, desto besser ist das natürlich. Also wenn du halt schon sehr gut bist. Gute Ritter hast und solche Späße, ne. Da sind die Mongolen ja schon bei weitem nicht mehr so anstrengende Gegner. Nix hier. Alter, guckt ihr euch das mal an. Ich habe dem noch keine einzige... Was? Doch, ich habe dem schon ein paar Einheiten weggeschossen, aber nicht viel, ne. Lauf mal schneller. Ah. Das war's. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so gut zu treffen sein hier. Plus 1 Loyalität, Feindarmee vertrieben. Passt ja dann ganz gut. Dann bau doch mal die Stelle hier aus. Ah ja, guck mal da. Die Polen bauen hier echt so ein Festungsgürtel hin, ne? Ich finde das immer noch schade, dass meine orthodoxen Priester die katholischen Priester der Polen nicht einfach so anzünden können. Das ist ein bisschen schade. So, noch ein Wachtturm hier. Und dann muss er irgendwann noch einen hier hin bauen und dann überblicken wir dieses Gebiet hier, glaube ich, relativ gut. So, Novgorod hat endlich dieses Bordell gebaut. Dann können wir noch einen weiteren Spion hier rekrutieren. Das passt doch dann... Was hat Helsinki gebaut? Den Übungsplatz. Gibt jetzt hier eine Erfahrung für die Bogenschützen. Passt soweit also alles. Und Kiew hat die Rodung gebaut. Wie ich sage, für Kiew können wir diesen Mittelmeerhafen jetzt auf jeden Fall schon mal hier hinsetzen. Und dann kannst du schon mal den Markt in Novgorod bauen. Dann haben wir da noch ein paar Einheiten... Dann haben wir da noch ein paar Wirtschaftsgebäude mehr drin. Das passt doch auch. Prinz Mikael kriegt noch mal einen Bonus auf die Loyalität. Das ist aber auch so cool, dass er diesen ritterlichen Ritter dabei hat, ne? Markus, vielen Dank übrigens für deinen Sub. Vielen Dank für deine Unterstützung. Schön, dass du dabei bist. Und nächste Runde bauen wir uns hier oben noch ein Türmchen hin, ne? Aber noch nicht jetzt. So, die Drusina, die lösen wir wieder auf. Die sind zu teuer. Die Kasachen nehmen wir mal so mit. Als Verstärkungseinheiten. Das ist, glaube ich, auch so die Einheit der Wahl, mit der wir hier so agieren können. Polen hat uns den Krieg erklärt. Folgende Seiten haben ihre Bündnisse gebrochen. Das Heilige Römische Reich lässt uns einfach fallen. Na, vielen Dank für nichts. Oha, guckt mal, hier gibt es Spöchträger. Spöchträger. Oha, das ist ja mal eine Einheit, die wir sehr gut kennen und gebrauchen können. Riga wächst. Das bauen wir dann auch direkt aus. Novgorod hat einen Spion gebaut. Den schicken wir dann mal hier runter. Du brauchst dann mal bitte hier in den Wachtturm hin. Hier kannst du gleich noch einen hinbauen. Lass da mal übrigens mal alles zu. Ich glaube, das ist hier, ne? Irgendwie hier ist diese Siedlung. So, dann werden wir mal Moskau belagern. Riazan hat ja auch eine veritable Verteidigung. Ich weiß nicht. Ja, wir gucken mal hier unten noch. Aber das sind keine, diese ganzen Städte hier, das sind keine Städte, wo wir viel Verteidigung reinbauen werden. Also, selbst wenn die Hunden kommen, dann kann man diese Städte aufgeben. Also, die braucht man nicht wirklich. Ui, er hat Jassi noch nicht erhobert. Guten Abend, Bello Bisparg, ich grüße dich. Okay, Smolenska hat die ritterliche Stelle gebaut. Brauchen wir dann sonst noch was? Ich weiß es gerade nicht, nicht wirklich, ne, oder? Kiew hat den Hafen fertig, baut jetzt die Farmgemeinschaft. Denn wir brauchen in Kiew Städtewachstum. Ganz viel Städtewachstum. Es gibt ein neues Familienmitglied. Und ansonsten sind wir immer noch schlecht in allem. Drei Runden dauert das hier noch. Das Spektakel. Du baust noch einen Wachtturm hier auf. So, der Ivan mit 19 Jahren kann er nachher ein Kommando übernehmen. Aber für das Erste will er mal nur hier hin Richtung Vilnius. Ne, Vilnius haben wir ja schon, ne, gar nicht so, ne? Bist du ritterlich? Du bist nicht ritterlich. Du bist ein bisschen ritterlich. Dann bleib du mal in Vilnius und du gehst mal nach Riga. Vielleicht zuerst nochmal Richtung Hauptstadt zurück. Wir gucken mal. Du brauchst einen Turm hier hin. Und dann läufst du mal hier weiter Richtung Norden. Das ist noch ein Wachtturm von uns, ne? Ich glaube, hier bräuchten wir auch noch einen, damit wir sehen, ob die Dänen wiederkommen. Du bist jetzt auch ritterlich. Vielleicht kannst du ansonsten nach Riga. Bist du mal gucken. 43, 80, 83, 82, 68, 48. Können wir also hier auch mal einen, bei Zeiten, könnten wir da auch mal einen Priester hinschicken. Da ist jetzt Kaffa. So, und wenn wir das Ding da, warte mal, belagere das mal. Was ist das für eine Garnison da drin? Ein Bogenschütze und ansonsten ein paar Fernkämpfer. Okay. Äh, paar Nahkämpfer. Dann, oh, warte mal kurz. Nee, nee, du hast nichts dabei. Alles gut. 19 Mann verloren. Siedlung bitte einmal besetzen. Stören sofort auf niedrig und eine Rodung bauen. Und dann lässt du da so eine Einheit Bogenschützen zurück. Und der Rest, der läuft nachher wieder raus, ne? Ja, ich würde auch sagen, so machen wir das. Okay, dann machen wir an der Stelle einen kurzen Cut. Der Livestream geht noch weiter, aber die YouTube-Aufnahme endet hier. Schaut doch auch mal rein. Twitch.tv slash Günther Shadow. Freitags gibt es immer Total War. Sonntag gibt es immer Benalord. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann, macht's gut. Und Pax Wobiskum, valete. Und das wie dann, ja.